Mein Name ist Hans Heinrich, ich bin Gründungsmitglied der Berliner Montagstheorie. An sich bräuchte ich gar nicht mehr sagen, weil Friedrich mir das vorweggenommen hat. Aber ich unterbreche gerne eure Gespräche und begrüße euch, die Jungen, die Frauen, so wie unsere ausländischen Gäste und wünsche uns allen eine frohe, eine gute, eine temperatische Demonstration. Moin und Gene Tatner.